Wir haben immer Radbäußen, alles gelöst vom Start, bis zum Start zu fahren, wollten Sie in der Ecke gehen wir rein. Das ist trotzdem, oder? So, und dann trotzdem, weil der Radbäufer ist, der Radbäufer ist, der Radbäufer ist, der Radbäufer ist. Ist als erstes rausgegangen, dann dahinter Timo Kaliwe und Timo schiebt Nododelen vor sich her. Ist jetzt Side by Side, jetzt wird gekuschelt und mal gucken, was passiert in der Kurve. Nododelen versucht einzulenken und wird umgedreht und das gibt's doch nicht. Arjen von Ahrum profitiert von dieser Unnachgiebigkeit von Timo Kaliwe. Also der Niederländer jetzt in Führung an zweiter Stelle. Marco Ergan, der Kollege auf Nieders Kopf, wird ausgesetzt. Und Timo Kaliwe ist schnell genug. Jetzt kommt es auf den Moment an. Genau den Kontakt, wenn man einlenkt bei Topspeed. Und er kommt mit Riesenschritten näher und wird das ein Treffer. Ein Treffer wird es nicht und schon gar kein Wirkungstreffer. Mann, 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 das ist aber auch schwierig zu sagen, wie das die größte muss. Das Glas wird noch voll rum, eigentlich auch hier. Geht ja immer noch früher. Und der Niederländer, souvering. Kehrt er da vorne weg. Auf. Mit seinem Volk 2 Harlekin. So, und Marco Ergan greift seinerseits. Nodo Nieland dann schön in die Beifahrerseite. Und Nodo Nieland wird gedreht. Was jetzt passiert, zieht sich meine Erkenntnis. Es ist hinter einem Hügel. So, wie Sie sehen, sehen Sie nicht.